Grüß Gott! So, ist er da! Der hatte noch Hunger! Der ist auch immer mega geil mit dem Drucki! Schon, ne? Ja, ne? Der hat immer so schnell ein Essen gemacht! Das coolste Kopf für Tiefengerät! Die Masern schlichtüber! Das haben sie doch schön gesagt! Was soll denn alles weg? Genau! Fast alles! Passt alles! Ich verstecke es auch so, dass sie es danach nicht mehr finden! Okay, dann ist gut! Ich kenne die Küche gar nicht an, dass sie eigentlich gar nicht so groß ist! Ja, ne? Also das war ja eh unter dem... Hier! Alles passt rein! Ja, Wahnsinn! Hätte man nie gedacht! Nie! In so einen viereinigen kleinen Raum! Komplette Küche mit... Koch und so! Das Bild könnten sie jetzt hier stehen und den Sekt einschenken! Und Benjamin kann hier sitzen! Da können sie auch wieder nachschauen! Genau! Ganz lieben Dank! Ich danke auch! Auf die tolle Küche! Genau! Prost! Jawohl! Dankeschön! Jetzt machen wir einfach... Fotos... Egal! Ja! Und der Benjamin seinen Tee... Super! Ja! Okay! Muss mal abtrinken! Abtrinken, dass es nicht tropft! Und wenn der Benjamin da stehen bleibt, könnten sie vielleicht zum Dampfgarer gehen? Soll ich mir mal so einen Tucki rausholen? Ähm... Ja! Und jetzt brauchen sie eigentlich eigentlich schon ein Tuch! Dann können sie es nämlich auch super cool machen, dass sie die heißen Sachen anfassen können! Ha! Ha! Und das weiß ja niemand! Ha! Hey! Benjamin! Jetzt macht es aber auch vorbildlich, oder? Ja! Okay! Ich glaube, das haben wir! Da ist irgendwas dabei, was wir verwenden können! Die obere... Die obere Teile rausziehen! Jawoll! Ah! Du bist schon wieder so ein bisschen! Wieder rein! Das ist ja echt der Wahnsinn! Kann ich die aufmachen? Nee, jetzt nicht! Ich habe mal nur die Lichter damit! Ja, Herr Danse, wenn Sie welche wollen! Na, da machen wir sie auf! Welchen darf ich auch machen? Ja, das ist ja so! Wenn wir sie da einen haben davon! Ha! Nur, wenn du teilst! Ha! 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 Okay, ich passe jetzt Luftwummi, aber da muss man jetzt durch! Jetzt muss man jetzt durch! Dankeschön! Gerne! Benjamin, Dankeschön! Auf die schöne Küche! Die ist ich! Als Schauspieler oder Akrobat oder so... Ha! Ha! Na ja, aber fünf Wumis häng ich noch in den Haaren! Drei, zwei, eins! Ja! Ha! Ha! Ich sehnte nicht mehr! Ha! 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 Also man sieht, die Küche macht richtig Spaß! Ha! Ha! Ha!